Das Video ist jetzt vielleicht eher was für Leute, die mal in Herzberg gelebt haben oder noch leben und hier zur Schule gegangen sind. Denn hier zeige ich jetzt mal die Raucherecke am Ernst-Boritz-Arndt-Gymnasium, den EMAG, in Herzberg am Harz, der sonnigen Südharzmetropole und Esperanto-Urbo. Die Raucherecke am EMAG ist in einem dunklen Winkel abgelegen. Es geht ein paar Stufen hinunter. Ich weiß übrigens auch nicht, ob das überhaupt noch eine Raucherecke ist oder ob dieses Plätzchen, bei dem man dann halt Zigaretten rauchen konnte, nicht auch irgendwann quasi entwidmet worden ist. Ich denke halt einfach nur, dass das hier halt jetzt auch was ist, dass sich Leute vielleicht anschauen, um sich zu erinnern, wie sie vielleicht hier gestanden und gequarzt haben, es vielleicht dann aufgegeben haben und sich denken, Mann, wie bescheuert war das damals. Gut, dass das vorbei ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch generell nicht hundertprozentig, wie was aus vielen von diesen Leuten geworden ist. Aber hier oben sieht man den schönen Spruch. Smoking causes cancer. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man den Leuten da nahe bringen soll. Ich finde es also ganz gut, dass das da angebracht ist. Hier sieht man nochmal den Weg zurück auf dem Schulhof. Hier gibt es einen weiteren Ausgang. Da sind auch gleich die Toiletten. Und drüben geht es halt eher in den Spielbereich. Hier ist es also ganz dunkel. Es ist so ein bisschen eine Wetterecke mit Feuchtigkeit. Die Raucherecke sind schon sehr gut verbannt worden in einen dunklen Winkel. Ich glaube auch insbesondere, damit die keine Vorbildfunktion entwickeln können für jüngere Schüler, die da vielleicht gucken könnten, oh die Großen, die stehen da, die rauchen. Was machen die denn da? Und sich das vielleicht fälschlicherweise als Vorbild nehmen könnten. Also, das hier ist die Raucherecke für alle Leute, die hier mal gewesen sind in Herzberg am Harz, am EMAG. Und einfach nur so zur Erinnerung. Viel Spaß mit dem Filmchen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen. Schönen